ARD Text im Auftrag von Funk 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 Garnadeschmeiß, kommst. Hey, Dinger! Defuser, Mark. Blöd. Hä? Der hat mich nicht gemappert. Aber ich war voll noch blöd. Sorry. Ach, er hat... Ok, er ist ja entschuldig. Bei mir ist direkt ein Fuse drin, pass auf. Hallo, Kompass. Nein, ich hab Dinger jetzt zerstört, aber ich hab ihn angehetzt. Nein! Nein! Den Bart, glaub ich, ist drin, oder? Nein! Einfach durch, einfach durchgeschnitten. Über das Rotation kommt jetzt in die Gläs rein. Beide auf A wahrscheinlich. Defuser auch A. Die planten. Nee, auf A, auf A, ja. Markiert. Springen raus, einer springt raus, der andere ist hinten im Zwischengang. Konnektor. Er ist wieder drin. Jetzt ist wieder im Zwischending, im Konsuloffice. Jetzt ist ein B drin. Ist immer noch ein B drin. Schöhn. Schön. Okay, der letzte ist draußen im Balkon. Du musst dich beeilen. Du musst raus. Okay, einfach jetzt ein Fuse. Nice. Nice. Sehr schön. Stark gemacht. Oh, ich hab einen Kill gemacht, ja. Dann ist auch stark. Das war Maverick. Das war Maverick. Das war Maverick. Diffuser im Bathroom. Also, der Diffuser ist im Bathroom, ne? Also, das ist hier im Osten unten. Links neben mir. Und das ist ein Gegner? Nein, das ist nur der Diffuser, den die Gegner haben. Ach so. Aber die werden wahrscheinlich gleich hinkommen. Stimmt. und der Diffuser. Wo ist die Diffuser? Die Diffuser... In den Diffuser ist nicht. In den Diffuser... Das ist nicht so. In den Diffuser ist Rapid. Die Diffuser ist hier. Noen, dass ich den Diffuser hatte. Gäst und die Diffuseratoren habe ich noch nicht gewusst. Puh, ne? Das war scheiße geworfen, ich kann nicht Z4 gut werfen Aber ich kann gut mit Pista schießen Gehen Sie Also ich hab deine Hilfe gar nicht gebraucht Guck da Wollt er noch mit Er wollte die Wand noch öffnen Ich wollte jetzt gucken ob ich Doppelpunkte kriege Wenn ich die Wände hintereinander setze Also nach dem Krieg zum Brauch Du meinst das dann nochmal? Ja ob ich dann Doppelpunkte kriege Wollte aber nochmal testen Aber nein Ist der Troppe eigentlich offen? Ich weiß grad nicht Ich glaub nicht, ich hab's nicht bekommen Zumindest ist das Wektroling da weg Und Blut Der erste Treppe glaub ich wär's offen Diffuse an Mark Ja, Treppe ist durch Zwei, oder? Äh, solange sie nicht bei uns rein kommen ist das okay Ich hab's halt in Blue Steht kurz vor der Tür bei mir Ouh GWH Im Moment Gäste Ist doch 2 Auf 4 1 2 1 1 1 Jawoll Jawoll Der hat ja sogar den Defuser gehabt Da waren aber noch welche Das gehts nicht nochmal Ne Ich hab nicht mehr so viel Ammo ehrlich gesagt Ich hab die Zwischen oder hier Hast sie? Ja An der Lobby Treppe ist ein Ehm, Thatcher mit 10, 20 AP Stop, Verga Bakery kommt in den Vorraum bei dir Chris Hier schon drinnen in den Vorraum Twitch Was, hat er nicht Bakery gesagt? Nein, Thatcher, er ist tot Bakery kommt in den Moment einer rein Bakery, Bakery hört sich an Ach, Bakery Die Ash ist im Moment und drohnt jetzt Die liegt hinter nem Schrank Und drohnt dich jetzt wahrscheinlich Die ist jetzt nicht mehr nötig Die ist im Vorraum bei dir Drei Stunden drin, wo die Twitch war Die kommt weiter rum Ich sehe sie nicht mehr, sie ist weiter Oh Oh Man kann sich nicht mehr mit dem Ehm Spreng was da rein und Gib ihm Gib's gar nicht mehr Nee Ich hab durch die Ecke drunter nix mitbekommen Ich hab durch die Ecke drunter nix mitbekommen Ich hab schon wieder getan Ich hab schon wieder getan Und Ich hab eine ein diffusiv Op. 4 hat eine Bombe zu befestigen. Nein. Ich bin ein bisschen unter Strom. 1 Op. 4 remaining. Weiter rechts, ne? Warte nicht so ein. Das ist Tarmat. War das in 4K? Ja, 4K. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt es im Top. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Ja. Ach so, darfst du ruhen doch. So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanksverbot ist am Start. Die Achterwanne geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Lass mich! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott!